Du hast ihm versprochen, dass ich ein Interview mit ihm mache? Warum denn nicht? Du bist Journalistin. Ich bin Volontäre-Mama. Klingt gut, ne? Tja. Abgemacht. Wollen Sie auch was haben? Nein, nicht seit ich sie hier auf der Feier getroffen habe. Seitdem will ich bleiben. Und Sie? Wollen Sie uns verändern? Ja, auch mit Ihnen, ne? Hoppla! Nein, das ist die Welt, wo ich herkomme, aber ich will da nicht noch mal hin. Keine Chance. Nein, niemals.